kämpfer beziehungsweise gegen fliegende sehr stark gegen fliegende feinde wach gegen schild und barrieren so was bringen wir dir neues bei die abgangszeit zwischen zwei bundesbeteiligungsaktionen wird reduziert erfolgreich konnte gewähren zusätzliche einheit dadurch übrigens gedacht dass das sowieso passiert ein perfekter barriere konter stößt feinde von niedriger klasse weg verlangsamt uns konnte erhöhen die geschwindigkeit ja theoretisch ist das alles leider gut bringt niedrigstufige feinde ins taumeln das sind die energieangriffe für den anderen beiden waffen da senkt die entropie die explosion von denen übrigens red ich muss erst mal überlegen weil seine macht gerade zerstört ist der war ja natürlich auch auf der brücke die zerstört wurde an diesem dämonen oder was auch immer uns da beschossen hat es war einfach nur ein dämonen oder ein dämonen oder ein dämonen zu mir wenn dir spüren latherine later du weißt du kann ich ihre ohr una dein du bist gut 万 aber nicht dir Ah, die Proverbial Observer's Aluffenheit. Du hast deine Spaß gemacht, nicht wahr? Jetzt ist es weg. Wir haben ein paar Stray-Dogs geschossen. Korrupten, alle von ihnen. Menschen sind nicht die Einzigen, die von dieser Taint verletzten. Ich würde nicht so überrascht werden. Wir sehen uns um dich. Die ganze Stadt ist infestet. Die Korrupten durchsiebt durchsiebt alles. Selbst wir haben wir bereits verletzten, zu es. Either way, je schneller wir hier rauskommen, je besser. May der Schaper guide deine Hand. Es ist immer so schrecklich, aber zumindest er ist er bereit zu helfen. Er braucht uns mehr als wir ihn brauchen. Lass uns nicht vergessen. Das sieht aber aus, wenn jetzt ein Boss kommt. Oder irgendwas Größeres. I won't allow it. Cover me, Loot. Count time. Mach der andere da übrigens gerade hier Angriffe durch den Boden. Entspannen, Loot. Warum lockt ihr das nicht? Ich kriege übrigens wirklich... Ne, ich will diesmal keine Asche benutzen. Doch, ich muss eine Asche benutzen. Scheiße. Begr Kollegen. Begriffe. Oh, be careful. Look at that. I will take care of it. And if you sit too far... Go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Das war's. Das war's. Was ein Krampf, ey. Use that pain and anger to avenge them. Was ein Krampf, ey. 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 Was ein Krampf. My sister! Not on my watch. And I pushed it too far. Like, I'm not sure. Oh, people. There are all people. How do you do it? How do I do it? Oh, guys. Es ist passiert! Sissela! Together again! Das sind wirklich alle Gegner, die hier sind. Weil jetzt kommt der Geist ja noch eigentlich da raus. Und den müsste ich dann auch noch töten. Und alles muss in dem Bereich getötet werden. Ein Traum. Nicht unmöglich. Aber nervig. Ich bin noch nicht weg. Ich bin noch nicht weg. Junge, der muss hier drüber kommen. Ich bin noch nicht weg. 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 Warum ist der hier drin gestorben? Der ist nur durch die Wucht rausgeschleudert worden. Ich bin noch nicht weg. 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 Komm her, sonst muss ich nachher jagen. Komm her, sonst muss ich nachher jagen. Komm her, sonst muss ich nachher jagen. Ich werde mich nachher jagen. Komm her, sonst muss ich nachher jagen. Was ist das nicht, ey? Dass der auch noch da raushüpft, ne? Was ist das Schlimmste? Was soll denn die Kacke? Ja, jetzt buddelt der auch noch und das macht der die ganze Sache noch schlimmer. Und das war auch im Kreis. Die sollen sich ja nicht so anstellen. Herausforderung, ey. Bedenken sich so eine Kacke aus mit Gegnern, die einen versuchen auf Distanz zu halten. Ohne die Möglichkeit, dass ich die, sag ich mal, zu mir hinziehen könnte. Das wäre ja noch wenigstens ne Option. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt mehr. Ich bin bereit, Herr Statt. Wir sind nicht zurückgekommen. Kaffee, Lute. Kaffee! Niemals Ich weiß genau, was er mir anrechnen will Aber der war im Feld Oh, ich sehe schon Das wird so eine richtig Das bleibt einfach so eine richtig beschissene Herausforderung Weil es einfach Lack ist Ich habe gerade fallen Wenn du mehr willst, ich habe mehr Ich habe mehr Jetzt bin ich Wer ist? Wer ist dann? 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 Komm raus so kackt wie. Komm zurück. Oh Gott sei Dank. Flut hat den getötet als er in die Arena wieder reinkam. Hätte auch schief gehen können. Weil die Geister fliegen ja auch weg. Wenn man die häufig schlägt. So. Das stabile Höhenbruchstück. Herzig und wir kriegen mehr HP. So. 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 I will protect you, sister. I will protect you, sister. I will protect you, sister. We are not backing down. I am not done yet. I will protect you, sister. I will protect you, sister. I will protect you, sister. Elbenholz. Oder sowas. Oder sie wurde vom wundervollen Mob-Raum hergestellt. Mob-Holz ist auch sehr robust. I will protect you, sister. I will protect you, sister. I will protect you, sister. She is my knight. My sister. Loot, over there. I am ready. Not all I want. I will protect you, sister. I will protect you, sister. I am very close to the side. I will protect you. Es ist zu weit. Ich kann's! Ich habe es geschafft. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist gut. Ich habe es geschafft. Ich bin nur ein Wunderbar. Damn. Ich werde es sichern. Ich werde es sichern. Meine Güte. Ich werde es sichern. Sie ist meine Güte. Meine Güte. Mein Gott, ey. So, habe ich jetzt lauter von den High-Kristallen benutzt. Was sollte ich machen? So, enger Raum. Beschissene Umgebung. Das ist eine große Angele. Ich denke. Es ist eine große Angele. Und dann nehme ich zu. Das ist eine große Angele. Ich habe es nicht mehr. Ich weiß was mir ein bisschen Sorgen macht, dass wir schon recht, also das Pistarium ist schon halb voll, wo ich dann so denke, okay, hm, das ging ja schnell. Welt 6 von 10, wobei ich habe ja gesagt, das Spiel wird nicht lange gehen. Wobei, was ich so gesehen habe, ist wirklich so im Schnitt 16, 17 Stunden. Ja, das war das Gebiet. Ich gehe direkt ins nächste Kapitel, ne, er geht erst in die Voransicht davon, wie sonst auch. Aber ich, ohne Witz, mein Kopf dröhnt, ich glaube, ich höre auf heute. Unaufhaltbar. Wir gehen noch kurz in den Laden rein. Da steht, der Chimera kostet 3000, das ist mir, äh, viel zu viel. Wir können auch gucken, was wir Loot geben können. Die werden alle 1200 kosten. Sindrasch und Schimera kostet 3. Und das ist mir, äh, viel zu viel. Wir können auch gucken, was wir noch mal richtig. Und das ist mir, äh, viel zu viel. Wenn ich mit 8.000 noch irgendwas bewirken Hüpperschuss Fliegt ja in die Luft Die kosten 9.000 Die letzte hier kostet 12.000 Also kann mir nichts leisten Und was hier unten noch bei gesperrt ist Es muss ja noch 3 andere Waffentypen geben Ob das Verbesserungen sind der bestehenden Waffen Das wird ja wahrscheinlich dabei bleiben Panzerung Obwohl man weiß es nicht Man wird es sehen mit der Zeit Aber an der Stelle mache ich heute wirklich Schluss So